Schon seit einigen Wochen genießt die jüngste Wollni-Tochter ihr Leben gemeinsam mit Sohn Aurelio und ihrem verlobten Servet auf dem Zweitsitz der Großfamilie in der Türkei. Zwischenzeitlich meldete sich das Nesthäkchen der Familie gar nicht mehr bei ihren Fans. Doch mittlerweile ist sie wieder etwas aktiver bei Instagram und lässt ihre rund 435.000 Follower wieder öfter an ihrem Leben teilhaben. Auf Aufnahmen ihres kleinen Sprösslings verzichtet die Jungmama jedoch zumeist, wenn auch nicht ganz freiwillig. Dafür gab sie nun in einer Fragerunde neueste Informationen und lieferte ein Update. Auf die Frage, ob Aurelio schon krabbeln können, antwortete Loredana überraschend. Er hat tatsächlich vor ein paar Tagen seinen ersten Schritt gemacht. Ich denke, das Krabbeln überspringt er, ließ das Wollni-Küken ihre Anhänger wissen. Zuletzt gab es eher großen Wirbel um ihre Person. Nachdem die 19-Jährige nämlich ein neues Familienfoto auf Instagram gepostet hatte, spekulierten ihre Fans fleißig, ob die jüngste Tochter von Wollni-Oberhaupt, Sylvia Wollni, 58, bereits ihr zweites Kind erwarten würde. Bahnt sich etwa ein Geschwisterchen für den kleinen Aurelio an? Ich bin nicht schwanger, stellte Lore unter dem Beitrag klar und erhielt den Zuspruch ihrer Community. Denn so eine Frage könne verletzend sein, da so ein Bauch nach einer Schwangerschaft nicht so einfach verschwinde. Ich für meinen Teil sehe nichts, fügte die Nutzerin hinzu. Zumal sie aufgrund der traumatischen Erlebnisse bei der Geburt ihres Sohnes sowieso für sich entschieden hatte, kein weiteres Kind mehr zu wollen.